Der Schöpfer Der Schöpfer Der Schöpfer was der Koran erzählt, die Erde ist ein Teppich und so weiter. Es geht um den Vers in Sura 71, und zwar Vers 19. Und ich habe hier die Übersetzung von Rudi Paret. Und da habe ich dann damals sogar an dieser Sura hier vier Fragezeichen gemacht, um mir eine Sache zu beantworten. Hier steht dann in Vers 19, Und Gott hat euch die Erde zu einem flach ausgelegten Teppich gemacht. Und genau mit dieser Übersetzung kommen dann die christlichen Missionare, Guck mal, die haben gedacht, die Erde ist ein Teppich. Jetzt müssen wir erst mal gucken. Erde, das Wort Erde, was kann das überhaupt bedeuten im Arabischen? Ich habe extra, damit man das auch sieht, dass ich mich jetzt hier nicht nur auf islamische Quellen beziehe, sondern ich habe hier das Wörterbuch, übrigens ein sehr schönes Wörterbuch, Langenscheid, das ist einfach, aber schön kompatt, man findet fast alle Wörter, Langenscheid, Taschenwörterbuch, Arabisch, von Lorenz Kopfitsch, Dr. Lorenz Kopfitsch, nicht Muslim. Und da findet man dann das Wort Art, Dieses Wort Art, Erde, hat also folgende Bedeutungen hier. Bei ihm, das ist ein ganz, das war einem nicht Muslim geschrieben. Erde kann bedeuten Erde, kann bedeuten Boden, kann bedeuten Land, kann bedeuten Gebiet, kann bedeuten Grundstück. Das heißt, hier muss nicht unbedingt hier der Planet Erde gemeint sein. Ja? Erstmal, so. Er hier übersetzt übrigens das Wort Bissata anders, das ist Frank Bubenheim, er übersetzt, und Allah hat euch die Erde zu einer ausgebreiteten Unterlage gemacht, das heißt, wie weit gemacht für euch. Ja? Aber wenn wir jetzt das Wort Art als Boden übersetzen, man sagt zum Beispiel, der ist auf dem Art gefallen, auf den Boden gefallen, dann macht man nicht, der ist auf dem Planeten Erde gefallen, der ist aus dem Universum runtergeflogen, auf dem Planeten Erde, sondern auf dem Boden, dem Boden, das heißt, das ist die Erdkruste, das ist dieser Boden, auf dem wir gehen. Ja? Und wenn wir uns das mal genauer angucken, ja, das heißt, Allah hat diesen Bode, auf dem wir gehen, wie einen Teppich, das ist eine, das könnte man Metapher nennen, wie einen Teppich gemacht, ja? Das ist ein Teppich. Ein Teppich ist etwas, was man über einen anderen Boden legt, damit man diesen Boden besser begehen kann, oder damit es schöner aussieht. Deswegen hat man einen Teppich. Und jetzt schauen wir uns mal, was die moderne Wissenschaft herausgefunden hat. Ich habe hier zum Beispiel die Seite, Planet Wissen, Naturtechnik, Strich Energie, Strich Erdwärme Portrait. Und da findet man hier, beispielsweise, bei Planet Wissen, der Aufbau der Erde. da steht hier, als Erdkruste bezeichnet man den Boden, Boden, das haben wir gesagt, das heißt, wir haben den Boden für euch zu einem Teppich gemacht, den Boden, auf dem wir Menschen mit unseren Füßen stehen, so wie man auf einem Teppich steht, so stehen wir auf dem Boden. Allah hat für euch den Boden zu einem Teppich gemacht, wie ein Teppich, auf dem man geht, und dass das metaphorisch ist, das sieht man daran, weil jeder weiß, dass wir nicht wortwörtlich auf einem Teppich stehen. Das weiß jeder, dass das hier kein Teppich ist. Jeder weiß, ein Teppich ist normalerweise etwas, was aus Stoff hergestellt wird. Aber hier ist es halt wie ein Teppich, etwas, was über etwas anderem liegt. Heute weiß man durch die moderne Wissenschaft, dass wir eine Erdkruste haben. Und ich weiß erst mal hier vor, was hier steht. Als Erdkruste bezeichnet man den Boden, auf dem wir Menschen mit unseren Füßen stehen. Die Erdkruste kann je nach Ort und geologischer Formation 10 bis ungefähr 30 Kilometer Dicke oder Tiefe erreichen. Sie besteht aus eher festem, sprönten Gestein. Danach beginnt langsam ein fließender Übergang in den Erdmantel. Aha, also das heißt, dieser Teppich namens Erdkruste liegt über einem anderen Boden namens Erdmantel. Das ist also wie mit einem Teppich. Der Teppich liegt beispielsweise über Fliesen. Und so liegt die Erdkruste, der Boden, auf den wir gehen. Allah hat für euch den Boden zu einem Teppich gemacht. Wie ein Teppich über den Erdmantel. Und übrigens einen Teppich kann man auch über einen Globus spannen. Wenn wir jetzt einen riesengroßen Globus hätten, da könnten wir einen Teppich darüber legen. Nun mal so nebenbei, ja? Danach beginnt langsam ein fließender Übergang in den Erdmantel. Erdmantel in Windisch-Echenbach gelangt es im Rahmen eines kontinentales Tiefbohrprogramms es im Rahmen eines kontinentales Tiefbohrprogramms bis in etwa 9 Kilometer Tiefe zu bohren. Danach geriet die Bohrenstocken. Das Material spielte nicht mehr mit. Die Temperaturen waren schon so heiß, dass die Messgeräte ihren Dienst aufgaben. Schon in 3 bis 5 Kilometer Tiefe kann die Temperatur 200 bis 300 Grad Celsius erreichen. Dann kommt der Erdmantel, dann kommt der äußere Erdkern, dann kommt der innere Erdkern. Das heißt, wir haben eben gesagt, wie ist ein Teppich? Ein Teppich ist dazu da, damit man einen Boden beispielsweise, damit ein Boden gemütlicher ist, damit man ein wenig gehen kann. Zum Beispiel, wir haben jetzt einen Boden, der rau ist, und dann legt man einen Teppich drüber, oder um es zu verschönern. Genauso ist diese Erdkruste praktisch, über dem Erdmantel, um sie zu verschönern, um begehbar zu machen, weil da drunter, weil unter der Erdkruste die Temperaturen gewaltig werden. Und übrigens, im äußeren Erdkern sind wir dann schon bei 5000 Grad Celsius, nur mal so nebenbei. Das kann man ruhig mal nachschauen. Das heißt, ganz im Gegenteil, diese Sache, diese Sache zeigt, dass der Koran schon vor 1400 Jahren auf etwas hingewiesen hat, was die Wissenschaft erst im letzten Jahrhundert festgestellt hat. Und übrigens, in Surah 39, Vers 5 steht im Koran Dieses Wort, ich habe jetzt hier, ach ja, übrigens, damit es auch jeder nachschlagen kann, damit es nicht heißt, der Pia Vogel erzählt einem vom Weihnachtsmann. Ja, hier steht übrigens, das Wort Art ist auf der Seite 37 in diesem Taschenwörterbuch, ja, von Mannschaft. Dann haben wir hier von Hans Wehr, Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. Und hier finden wir dann auf Seite 1127 aus der Surah 39, Vers 5 Das ist sozusagen, jetzt schauen wir mal, welche Bedeutung das Wort Kauwara hat. Zusammenrollen, wickeln, zusammenwickeln, herumwinden, herumwinden, rundkugelförmig machen. So, und das zeigt, das zeigt, ja, dass die Erde, er dreht die Nacht über den Tag, er windet den Tag über die Nacht und die Nacht über den Tag, das deutet ganz eindeutig darauf hin, dass die Erde kugelähnlich ist, eine Sphäre, weil ansonsten könnte man das nicht, könnte man nicht die Nacht über den Tag windet den Tag über die Nacht mit diesem Wort Kauwara yukawiru. Und deswegen sagen die Gelehrten, und das sagt Ibn Taymiyam beispielsweise, zu einer Zeit, wo das noch nicht bekannt war, ob die Erde eine Sphäre ist oder nicht, beziehungsweise nicht den Arawan zu dieser Zeit, er, ja, oder wo es bestimmte Theorien gab, wo es vielleicht bei einigen Menschen bestimmte Theorien gab, dass die Erde rund ist. Ibn Taymiyam sagt in seinem Buch Moshmur Fatawah, dass es ein Konsens ist, ein Konsens unter den islamischen Gelehrten, dass die Erde einen ballförmigen, ballähnlichen, eine ballähnliche Form hat. Ibn Taymiyam hätte keine Sekunde gezögert, wenn er aus dem Koran und er konnte den Koran in- und auswendig wie die anderen Gelehrten, hätte keine Sekunde gezögert zu sagen, die Erde ist eine Scheibe oder was auch immer.